So, hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Dragon Ball FighterZ Part 27. Der 27. Part wird richtig genial. Passt auf, ich zeige euch gleich, warum der richtig genial wird. Dann machen wir als erstes den. Und dann, let's go. Aber ich mache es nicht in dem Kampf gleich. Ich muss erst mal kurz gucken, was hier der... Ein starker Schlag ist. Deswegen mache ich gerade was ganz anderes nochmal. So, so. Ja. Ich gehe da gleich raus, weil ich nehme da jetzt einfach irgendwas, weil ich muss erst gucken, ich muss kurz lesen. Ich mache jetzt wegen was ganz anderem. Ich muss gucken, was hier der starke Schlag ist. Was hier jetzt so ein starker Schlag ist von den Charakteren und halt. Oder den... Ähm... Um damit es auszuführen, muss ich dann gucken. Weil ich will zu viel ausprobieren damit, das wirken. Ich will da was gucken, warte mal. Spezialmuffer, was hinzu... Was hinzu kommt nach Was ist das? So. So. Man... Warte. Hm. Nee. Wahrscheinlich ist es der. Vielleicht muss ich da den, naja, vielleicht muss ich, vielleicht ist es dieser Kreis, dieser spezielle Schlag, wo ich dafür brauche, diesen starken. Vielleicht ist es der. Ja, ich wollte es, da habe ich es ja gerade so gemacht und das habe ich jetzt ausprobiert. Und deswegen will ich das jetzt aus, will ich das jetzt ausprobieren, ob das wirklich jetzt klappt, was ich da gesehen habe. Aber da muss ich hier erst raus, warte. Warte mal, ich habe jetzt ein bisschen Kampf. Lokaler Kampf, genau hier. Äh. Das ist okay. Drei gegen drei. Kein Zeitlimit. Ist alles okay. Ich bestätige. Probier es mal aus, ob es klappt. Das geht aber nur hier. So. Das heißt, ich benutze es erst einmal. Nee. Ganz einfach. Warte. Goku. Was? Gohan. Als letztes da heißt. Oh Gott. Nervt doch nicht. So. Warte, das geht ab und rein. Kann ich cartig machen von mir aus? Jetzt den Tickern und ich will dir was von mir andersweilen. Okay. Kann ich mir meine Waren auf den Waren der Maren der Härteilen zu tun? Oh, nein. Ich werde dir zu der Waren der Waren der Warming-Apler nehmen. Ich weiß es nicht, ich muss gucken. Warte mal, dass es ist jetzt toll. Die Waren der Waren. Die Waren der Waren. Die Waren der Waren der Waren der Waren. Waren der Waren der Waren der Waren der Waren. Die Waren der Waren der Waren der Waren der Waren der Waren. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Sonst kann sein, dass ich das anders probieren muss. Was ist das, was ich, Kakao? Es ist alles oder nichts. Das ist das, was ich. 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 Das ist ja so, dass ich nicht mehr kann. Das ist ja so, dass ich nicht mehr kann. Oh Äh Okay Ja, vielleicht müsste der sein Ja Warte Ja, das war er Nicht leh Ne, das war leider nicht der Schlag Ich will Was ich für mich Ich will Worte für diesen Schlag Äh, kann ich da auswählen Irgendwas bräuchte für diesen Schlag Worte und Beine Gohan Für mich Goku Ich muss da gucken, wie man diesen starken Schlag ausdrückt. Der war's nicht. Das war das Problem, das war der nicht. Mal gucken, ob das jetzt hier haben. Aufkommen. Ja. B I'll be fine. It's all that you're gonna need. Let's go. This hit speed will be fine. I'm sorry. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 warte mal Spezialmove muss ich kurz gucken zum Guantin 5 Trefferkombos Super Drachenflug ne will ich nicht war das noch ein wenig auch nicht ach meine Güte ich will diesen so einen starken Schlag damit haben aber sind wir jetzt hier eine Operation oder eine okay er weg geht nicht dann muss ich nicht nachgucken wie man diesen starken Schlag macht weil dann will ich nicht diesen Sprechen damit zeigen egal da sie so scht 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 her Oh Gott. Jetzt reicht's. Ich weiß nicht, ob ich das Stabler stehe. Ich glaube, die sind so stark für die Begriffe. Ich weiß nicht, ob das Stabler schlägt, deswegen weil sonst muss ich's gucken. Ich mach diese gleiche Szene noch mal, aber irgendwie muss ich den hinkriegen. Ok So Goku Gojita! Seile deinen Kampf! Gehe deinen Kampf! Gehe deinen Kampf! Landen, landen! Ein fersches Befall beginnt! Den normalen Namen brauchst du! Ich kann's nicht sagen, ob's das ist! Vielleicht ist es auch falsch! Nee! Bam! Gehe deinen Befall ause, nicht! Jetzt llega's! Gehe deinenorb Set! Gehe deinen Kopf! Irgendwas ist ja, ich muss irgendwie was tun. Ich glaube, ich bin die Tua-Söhne hier. Ich bin die Tua-Söhne hier. Jetzt muss ich dir die Sache noch zeigen. Ich bin die Tua-Söhne. Das ist ein Schuss! Ich bin die Tua! Ich bin die Tua-Söhne hier. weil ich da was wir machen wie erst mal besiegen bitte dann ich besiege es erstmal alle und danach kann ich nochmal auf dem anderen zurückkommen wenn das ist ja ich kann ja auch charakter auswegebar gehen wechsel gehen okay warte so dann nehm ich mal hier ich glaub nicht dass wir weiter kommen wir haben wir nicht egal alles mal wie ich das richtig nice finde aber da kommen noch ein paar solche szenen dazu aber ich will war auch noch die anderen dinge dazu zeigen die extra teile dazu sind zeugen ich glaube der war das glaube ich kann das sein ja der aber ich weiß dann nur nicht welcher das ist nein Die ürussane Kiyoko-tachin' äußerst? Oh, ich bin da... Ich bin da... Ich bin da... Schau, ein Junge, ein Krieger raus. Frieza! Oh, 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 oh... Was, um, um, um... Ich glaube, ich bin, ich bin da... Ich glaube, die Manna... ...wann hier kann man sein... ...wann da kann man das auch nicht... ...wann ist das nicht... ...leicht, da brauchen wir den hier. Wir brauchen den Stil dafür. Das sollte ein großartiger Kampf sein! Aber ich muss gucken, ob ich den Special-Dimit kriege so oder nicht. Ich würde jetzt einen anderen Finish haben. Dazu muss ich gucken, ob es der ist oder... Ich muss gucken, was dieser starke Angriff ist, was ich dafür brauche, weil du brauchst starke Angriff oder Telepolation, das ist Mist. Das ist erstens von der Kraft! Ich bin mit der Kraft! Wir werden die Kugel ab. Ich werde mit der Kugel-Dimit. 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 Okay. 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 Oh, man. Okay. Okay. Ah, ja. Da ist es. Okay. 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 Was ist das? Wie ist das, Wie ist das? Das ist das? Das war das. Das ist das. Panzer! Das geht! Das ist wie ein Spiel! Kürtet werden! Ich bin fertig! Du bist auch noch mal! Ich bin fertig! Das ist alles oder nichts! Los! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin wieder da! Ich hab das nochmal, Leute. Ich bin wieder auf die Hände. Warte, 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 warte. Aber das war manchmal was, ich hab mich auch nicht gewissen, denn ich hab das in einem Video gemacht. Ich bin wieder gegen die Hände. Ich bin wieder warte! Das kann ich nur kurz am Ende sagen. Nee. Ich werde es mit dem Klappchen nicht geklappt, dann muss ich dann gucken, dass ich das dann vielleicht woanders dann mit dem mache. Ich werde es mit dem Klappchen nicht geklappt, dann muss ich das dann auch mit dem Klappchen nicht geklappt. Ich werde es mit dem Klappchen nicht geklappt. Ich werde es mit dem Klappchen nicht verletzen. Ich werde es mit dem Klappchen nicht geklappt. So, ich werde es mit dem Klappchen nicht zu machen. Ich guck mal, ob's das ist. Sonst muss ich ein bisschen nachgucken und sonst muss ich extra Part damit machen, wenn's nicht klappt. Dass ich dann guck an, was starker Angriff ist damit, weil sonst... ...bringt es mir nix. Im Ding hat's geklappt, warum, weiß ich nicht. Es ist alles oder nichts! Geh! Hör! 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 Guck! Hör! 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 Okay. Oh. So. Jetzt muss ich extra partnern. Jetzt muss ich extra partnern. Jetzt muss ich extra partnern. So. Das ist doch der, ich weiß es nicht. Wir werden jetzt gleich gleich noch erreichen. So. Nee. Dann zurück zum Lobby. Nee, sorry, dann muss ich mir das alles angucken. Dann muss ich mir das alles angucken. Dann mache ich noch ein extra Part dafür draus. Das bringt dann jetzt nichts da, die ganze Zeit rumzumachen. Ich muss dann gucken, wie ich diese starke Schläge von jedem Charakter hinkriege. Und dann muss ich für jeden halt ein extra Part. Dann mache ich dann nochmal ein extra Part mit dem Ganzen. Dann mache ich zum Abschluss halt noch ein extra Part. Damit. Weil das bringt nirgends nichts. Tut mir leid. Weil ich muss gucken, wie ich bei jedem Charakter die starken Schläge einsetzen kann. Ich brauche einen normalen starken Schlag, dass ich diese Dinge freisetzen kann. So wie bei Dings auf Dings mit Freeza, wo du gesehen hast, auf dem... Oder Teleportation. Dann muss ich halt gucken, wie das funktioniert. Ich kann es hier nicht versprechen. Ich muss halt gucken, weil... Warte mal. Ne, weil mit Dieb haben wir es hingekriegt. Zweimal. Mit Goku. Einmal diese Ending davon. Wo man das gemacht hat, mit Freeza. Wo wir doch diese... Ich wollte diese speziellen Enden zeigen. Also diese speziellen Finis zeigen. Der ist headquarters. Es ist sch skipped. Ah, das ist gut. Jäger! Ich geh nicht hin! Ich geh nicht hin! Was ich zu Painter? Ich geh nicht hin! 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 Ich dreue mich doch! Ich geh nicht hin! Ich geh nicht hin! Das war das Kольger! Na ja. Ja ja! Begleiten! Entschuldigung! Ich muss husbanden! Ich muss schon das Extra-gingen. Sondern das ist egal. Es ist nicht so gut! Es hat kein Problem. Oh ja, Flamikus 2, gute Anerkriege. Das sieht man ja nicht viel, wenn die nicht viel Leben haben. Warte mal, halte ein und 20 auf. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen anscheinend. Okay, das sind ja 3. 26 gegen 27, toll, aber das trinkt mir leider nicht viel. Es ist alles oder nichts! Los geht's! Was ist es? Ich habe mich hier mit einem roh-verletzten. Ich bin noch was, aber es hat sich gemacht. Drei mal, das ist alles. Die ausfensten Die sind nur schulster Die ausfensten Die ausfensten Die ausfensten Das ist gut. Die ausfensten Die ausfensten ...wahrscheinlich war es nicht mehr. ...wahrscheinlich war es nicht mehr... ...diamatis! 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 Ich weiß nicht, dass ich mir den Trink gemerkt habe. Der Schiff ist jetzt noch angekommen. Ja, ihr mich auch, Junge. Komm. Ich hab ne Idee, ich mach's ganz andersrum jetzt. Ähm. Ich mach am besten so rum. Weil dann kann ich noch bessere Chancen damit haben. Wir haben nur zwei, okay. Es ist Zeit, deinen Gegner zu treffen. Bereit? Los! Genau, da ist noch ein Schmerzenstel da, da jemand. Hilfe! 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 Ich mach es! Der Klon ist erledigt. Der Klon ist erledigt. Der Klon ist erledigt. Der Klon ist erledigt. für C8. Ein Versuch! Wir werden jetzt hier nicht mit einem Schlag. Da geht es Ihnen! Schau! Du gehstabils, die! Los geht es! Ha ha ha! Danke! Bye! Ich kriege etwas誇es, es reicht nicht. Das ist das! So... So... I'll do that for a minute. I'll do it. Don't get into it. That's why I can't get into it. I'll do it. I'll do it... I'll do it. 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 Das war's für heute. Hahahaha! Jernin, bye! Okay, okay, okay. Outstanding! Hup! Klappina! Hup! Klappina! Klappina! Hup! Klappina! Hup! Hup! Abandon! Hup! Hup! Ikiyo, kuna na na i! Hahahaha! Jernin, bye! Hup! 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 Und das war's, Game Over. Ja, denkst du dir, Junge. Boah, das war so knapp 27, Junge von oben, jawohl. Und ich hab das halt jetzt den Boss, was ich hab jetzt beide besiegt, hab ich einen Boss besiegt, das geht's mir jetzt weiter in die nächste Runde. Boah, Gott, wie lange geht's gleich weiter hiermit. Puh, Glück gehabt, ey. Boah, unsere letzte Hoffnung. Zechstens Geheimnis. Zechstens Geheimnis, okay. Da haben wir's. Heee,こんなところもあったのか. 正確な数はわからないが, 研究施設は世界中に点在している. Hmm. それで, 21号は? Ah,ベースで休ませている. いずれ意識を取り戻すだろう. そうか. それで? あの21号ってやつは何者なんだ? うん. 彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた. セルをも超える究極の人造人間だ. あいつを超えるか? セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、 俺たちが知っているセルを超えている. だが、21号の力はそんなものではない. その成長したセルすら上回る力を秘めている. うん. ほい. そして一番厄介なのは彼女の捕食衝動だ. 生物を食べることでエネルギーを吸収し、再現なくパワーアップする. ふぅ…驚いたな…セルを超える化け物ってことか? そもそもエネルギー吸収って… なんでそんなことする必要があるのさ? これはあくまで予測でしかないから. 21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い. ああ… それはあったのに… 彼女の捕食衝動は人格を持っているのです。 今の21号に関して捕食をしてしまう。 ああ、あなたは確かにそれが狂暴なものだ。 うん… それが狂暴なものだ。 うん… そうです… あ… あ!! 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 Ich werde weiter kommentieren. Ich kommentiere nur, aber wenn sie nicht mehr reden, weil... Ich werde nicht mehr kommentieren, aber ich will wirklich sehr viel kommentieren. 21. hat die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen zu erinnern. Na, 16. Wie ist das so gefährlich? Warum hast du dich verantwortet? Ich bin der 21. ist der Schmerzen der Schmerzen, weil sie zurückgekehrt wurde. Du bist wirklich nicht so ... Es ist alles so ein bisschen anders. Es ist doch kein Schammer, der auch der Schammer, dass du die Schammer ausgehend hast. Aber das ist nicht so ein bisschen anders zu sprechen. Das ist auch nicht nur die Schammer, Ich bin froh, dass wir jetzt in der nächsten Runde wenigstens wieder alles voll haben vom Leben. Ich bin froh, dass wir jetzt die Runde machen können. Haben Sie keine Möglichkeit? Ja, das ist ein System für den Linken. ok link system ja da muss so was machen ist Ja, genau. Das ist ein Verständnis für die Schmerzen. Aber... ...die Verständnis zu haben, war ein sehr schweres Problem. Es ist einfach nicht so ein Mensch, dass das Leben von seinem Körper aus der Zeit entfernt wird. Wenn es aber auch ein Rink gemacht hat, dann wird es nicht mehr Zeit, dass das Leben von dem alten Körper zurückgebracht wird. In der 18.5. Du bist so, dass du von dir, dass du auch schon mit einem Link erhältst. Du hast du, dass du diesen Rink ausfussten? Du hast du auch nicht mehr gedacht? Du hast mich nicht gesagt, dass du in diese Zeit behauptet. Ich denke, es war nicht so weit. Ich hab die Rink-Linke ausgesagt. Ja. Wir müssen noch stärker werden. Wir haben uns nicht so viel verletzt. Das ist okay. Weil jetzt kann ich es momentan noch nicht mit einem aufnehmen. Ich muss nicht warten, bis ich Goku und die anderen habe. Danke. Ich weiß nicht, ob der Seldaboss sein muss, aber anscheinend schon. Ich hoffe, dass wir noch kein Bock mehr haben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Oh, ich will nicht. 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 Ich muss nicht. Halt! 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 Und... ...dick gestorbenen Typen ist auch... ...und... ...und... ...dick gestorbenen... ...und... ...und... ...und.... ...ina danced... ...und... 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 Okay, das kann man ja nicht. Aber noch einmal, das war's. Das war's, Gemover. Ich glaube, dass da niemals ein Zug kommt, dass dieser aufhalten kann immer, dass es hier keine Probleme gibt. Ich will gucken, dass ich genügend Power für C-18 sammeln kann. In dem Sinne... Oh man, nervt mich doch nicht jetzt. Oh man, nervt mich doch nicht jetzt. Isst dead. Ich finde, ich will zurück ... Ich bin sicher, dass ich nicht in hiding. Das war's. Perfekt. Oh ja, der nächste. Ja, das kann man nicht. Das kann man nicht bekommen. Und das kann ich nicht. Ciao. Damit hab ich ihn. 28 benimmt sich seltsam. Versuch eine Verbindung. Okay. Na, mach schon. Ich habe ein bisschen geflogen. Ich habe mich nur überrascht. Entschuldigung. Ich muss mich nicht mehr überrascht werden. Ich muss mich nicht mehr überrascht werden. Da hast du recht. 21. Weil du siehst. Ohne Witz. So wie du jetzt bist, siehst du einfach viel süßer aus, als wenn du da diese andere Form hast. Diese Form sieht einfach süßer aus bei dir. Diese Form sieht einfach süßer aus bei dir. Weil ich nicht so schnell gedau. Was ist das? Schöne mobile? Scheiße. So ist das? Das ist eineregelung. Aber ich wartei. Das tut mir nicht nur etwas um für den 16. Deine Seite. Ja. Das ist natürlich auch unser Alright-Dem kys. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie so nicht kämpfen kann. Weil die Form gefällt mir einfach am besten, da sieht sie richtig froh aus. Tja, das glaube ich dir. Hä, was kommt denn jetzt für eine Szene? Ah, ich kann's mir abdenken. Hä? Gegen wen? Ah ja, die sind schon ein bisschen lang, okay. Äh, okay. Warum erst mal das? Und so, hm, hm. Nein, sorry, dass ich die ganze Zeit so überspringe, das tut mir leid. Ich hab mir jetzt vor, die ganze Zeit so überspringen, aber momentan mit den zwei Dingen, was ich da habe, mit den zwei Zentren, wo ich da habe, bringt mir das nicht viel. Dann wissen wir, den kann ich alle auf einmal, kann ich da alle dann wegradieren wieder. Aber hier, da bringt mir das jetzt gerade nichts. So, Spezialangriff von Besonder, gibt's da irgendwas? Hilfe, wo die... Hilfe, wo die... Hilfe, wo die... Ah ja, hier. Mal gucken, ob's dafür auch noch so irgendwas enges für da unten noch sowas gibt, so wie hier das andere. Hm. Hm. Mal gucken. Ja, weil hier haben wir es nämlich so. Deswegen will ich gucken, ob's dafür auch sowas hier auch noch gibt. Oder ob's das einzige ist, was sie haben. Ja, okay, dann muss es eben so bleiben, wie es ist. Hm. 22 haben wir... Wir haben 27, wir sind stärker. Gott sei Dank sind es nur zwei, dann kriege ich, finde ich es eine Plätte, dann kriege ich den anderen locker. Ready? Hm. Let's go! Ja. Und jetzt. Jungen, nerv' mich nicht, Alter. Schub zu! Schub zu! Schub zu! Schub zu! Schub zu! Oh ja. Wie lange komme ich jetzt hier hin? Oh. So. Endlich hab ich jetzt. Ich hab mich nicht verstanden, oder? Ich hab mich nicht verstanden, oder? Ich hab mich nicht verstanden. Oh ja. Ich hab mich nicht verstanden. Oh ja. Ciao. So. Ich hab mich leider enttäuschen, Alter. Beide haben 28 jetzt. Super. Ich brauch noch ein paar mehr dafür. Dann passt's nämlich. Oh Mann. Okay. Los geht's. Das Ergebnis dieser Bitung ist jeder. Wunderbar. Ich muss gucken, wie ich jetzt mit C16 erledigen kann. Das ich den letzten mit C18 dann richtig drauf kann. Weil jetzt hab ich Probleme nämlich damit. Let's go! Genau das meine ich. Wenn die ganze Züge anspricht, schnapp ich mir die ersten Scheiße. Ich mach direkt doch nicht nur! Nein, ich mache jetzt keine Züge! Ich mache jetzt nicht mehr mit dem Handel. Nein, nicht mehr mit dem Handel! Ich mache jetzt mal das Luftgehalt! Ich habe die Anlegung schon drüber, aber ich gebe es ja noch! Ich mache jetzt auch das Luftgehalt! Ich bin auch bei der Welt! Auf geht's! In der Welt! Warte, warte! Das ist der Wunsch. Das ist die Wunsch. Was? Was? Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Alter, das ist voll die Verarschung, Alter. Mein Ding hat doch er hingehauen. Wie kann der noch eine Attacke machen, Alter? Was blöd ist, ey. Das ist blöd, wenn die gleich am Anfang so übertreiben. Mit ihren Moves. Was ist jetzt? Was ist das? Bist du auch? Was ist das? Na, wann die ich selber blot sie dir um? Bist du auch? Ja, ich hab's mit dem Gehergegeven. Distan. 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 Oh Schu-oh! Go! Ich kann mich nicht gut kennenwenden, wenn ich noch nicht so gut finde. Pfeift! Ich denke ich habe mich nicht wieder so angeschaut. Huch! Ich bin wieder so aufgeregt und ich bin so schaust! Achtung Achtung Ohne Witzel, das ist auch so unfair. Wie kann man es so übertreiben mit dem Genuss, Alter? Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen, wenn man es so dreckig übertreiben muss. Ich verstehe das nicht, wie man es so übertreiben kann. Ich finde es einfach übertrieben, wenn man es so übertreibt. Ich verstehe das nicht, wie man es so übertreiben kann. Ich verstehe das nicht, was man es Fight about! Ich denke, ich bin Angst vor da. Ich meine, das ist alles real so wie viele Kommentare sind. Oder care muss man es so über Patty. König ihr denn euch tun? Ich verstehe das nicht. Ich denke, anschließend es T colline cartuch ist nicht dimensions. Fertig! schmack das anbrot er das anproziert die mich gerade ist wirklich Wow, das hat meine C18 komplett aufgefüllt, jawohl, durch diesen Bonus hat sie echt komplett aufgefüllt, Alter, das war super. Ne, egal, dass man sowieso ist. Äh, halt, ne, halt. Mein Ernsthaft, ich verstehe nicht, wie man es so übertreiben kann in dem ganzen Kampf hier. Ich muss gucken, dass ich da jetzt zwei besiegen kann, weil ich dann mit dem letzten kann ich dann mit der C18 dann machen, wenn man es will. Oh, nothing! Let's go! Deine Ernsthaft! Die jetzt, zwei, vier, 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 Jungen Nervenschneider. Jungen Nervenschneider. Das war's für dich. Er hat sich jetzt auf die Geschichte. Das ist die Kraft! Das war's für dich. Der ist jetzt auf die Seite. Ich bin einfach der Schmuck. Der hat sich auf das Reise. Der hat sich in die Tür. Der hat sich auf die Seite. Jungs! Oh, du schlau! Geht los, Mannaco! Mach doch, mach doch! Du schlau! Du schlau! Du schlau! Du schlau! Du schlau! Geht los, die Schlau! Geht los! Geht los, Alter! Geht los! Junge Dammt noch eins Wir haben euch nicht mehr so gut umgekriegt dafür Aber wir sind beim nächsten Mal halt C21 benimmt sich seltsam und versucht eine Verbindung Natürlich, klar, auf jeden Fall Wenn du mit dir mit dem ganzen Körper sprechen Dann wird es ein bisschen einfacher Und ich glaube, es wird nicht möglich Es wird nicht möglich sein Es wird nicht möglich sein Aber es wird auch möglich sein Aber es wird nicht möglich sein Ich bin nicht von der Krankheit Man kann, wenn man sich so auf die Schmerzen Wenn ich mich nicht so gut verweist, dann kann ich mich nicht mehr überwinden. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Gefühl. Ich bin auch ein Mensch, da könnte ich nicht mehr als Mensch sein. wenn man jetzt auch du mein mensch was ist wirklich vom ganzen gestell einfach sexy heiß will ich jetzt müsste stehen hier keine perversen gedanken ausdrücken aber wenn die ja nicht so mal selber anguckt aber wenn sie selbst mensch war mal und ziehe euch mal selbst gerade an betrachtet euch selber dann müsst ihr doch selbst wirklich zugeben dass die wirklich richtig klasse aussieht ich will auch machen, dass ich mich nicht verletze, dass ich mich nicht verletze, dass ich mich nicht verletze aber dann, dass ich mich nicht verletze ja, auf jeden fall hä, was kommt jetzt? wie läuft das noch, Allah? oh, 29 haben die, okay, ich habe 28, okay Das sollte ein großartiger Kampf sein. 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 Das war's. Auf geht's. Ich schloss euch das. Ich kann dich nicht sagen. Ich kann dich nicht aufhören. Ich warte dann also. Dreiht nicht, Junge. Hast du doch noch? Über dreiht, Alter. Weg mit dir, Alter. Brot zieh mich nie wieder, Junge. Brot zieh mich nie wieder, Alter. Glaub mir, das Brot zieh mich nie wieder. Scheiß provokant ist hier alles. Weg. Scheiße, ernst gerade. Und wenn du noch... So, wenn du noch einmal aufgehst, ich schwöre dir, dann bringe ich dich um mal an. Du hast gefest auszutut bleiben, okay? Nein, ich habe das jetzt absichtlich gemacht und ich mache das nie wieder, weil ich will nicht, dass das Ganze auf meinem Play auftaucht. Aber wegen dieser Mist habe ich mal eine scheiß Steuerung nicht unter Kontrolle gehabt. Konnte ich gar nichts mehr steuern. Wegen dem Drecksteil. Fenster. Ich will auch nicht mehr rum. Ich übertreib doch nicht, Junge. Moment mal geht's dollars. Ich hab da eins gekauft, ich hab da halt auch mal achtet, weil ich trenne doch für mich, Alter. Was ist denn der Treffer, Alter? Tja, was ist denn der Treffer, Alter? Machst du nicht! Machst du nicht! Machst du nicht! Was ist denn, dass ich nicht… ich sag dazu gar nichts mehr wirklich ich sag dazu gar nichts mehr wirklich das ist so ist es wenn man nur zwei verdammte charaktere hat ernsthaft es ist schwer okay ich weiß nicht was ich gehe jetzt hin und das ist nichts egal es gibt es da oben und das ist nichts egal sorry irgendwo ich habe sorry leute aber irgendwo ich habe die nase voll ich bleibe ruhig aber ihr wollt mich die nase bestritten voll wirklich irgendwo hat es auch irgendwo reicht es nicht langsam irgendwo habe ich selber auch mal kein irgendwo habe ich selber auch keine lust mehr auf den mist weil es dauernd die ganze zeit so abgeht nee es reicht langsam ja dann geht es nicht mal runter naja jetzt auch noch ein bisschen nach oben naja jetzt auch noch ein bisschen nach oben ein so wenn ich jetzt im partner zum nächsten bist du klar